Was ist 123TV? Das ist Petra. Sie liebt shoppen und ist immer auf der Jagd nach den besten Angeboten. Deshalb schaut sie regelmäßig 123TV. Das ist ein Teleshopping-Sender. Aber kein gewöhnlicher, denn dort werden alle Produkte über eine Auktion versteigert. Nicht im herkömmlichen Sinn. Denn der Preis steigt nicht, sondern er sinkt. Aber wie funktioniert das? Petra will zum Beispiel ein Parfum kaufen. Der Startpreis liegt bei 20 Euro und es werden 30 Stück angeboten. Jede Minute sinkt der Preis um einen Euro. Sobald alle 30 Parfums verkauft sind, erhält jeder Käufer den Zuschlag zum aktuell gültigen Tiefpreis. Also selbst wenn Petra bei 15 Euro eingestiegen ist, erhält sie das Parfum für beispielsweise 10 Euro, wenn das letzte Stück für diesen Preis verkauft wurde. Petra findet das genial. Und ab sofort shoppt sie auch unterwegs. Das Ganze funktioniert nämlich nicht nur telefonisch, sondern auch online. Da kann Petra sogar ein Vorab-Angebot machen. Sobald ihr Wunschbetrag erreicht ist, wird automatisch für sie geboten. Natürlich zahlt sie auch hier nur den niedrigsten Endpreis. Außerdem ist 123 TV TÜV zertifiziert. Das gibt Petra Sicherheit. Und Versandkosten werden auch nur einmal pro Tag fällig, egal wie viele Artikel Petra kauft. Petra ist begeistert. Die Auktionen sind aufregend und die Jagd nach tollen Angeboten kann nun beginnen. Und sollte sie einmal eine Auktion verpasst haben, kann sie online viele Produkte durch Sofortkauf bestellen. 123 TV Probieren Sie es aus, seien Sie live dabei und sichern Sie sich Ihre Lieblingsartikel. Alle Infos rund um die Erlebniswelt von 123 TV finden Sie im Web auf 123.tv oder rufen Sie uns an unter 01806 2x0 1020. Die Auktionen sind aufgeregt und aufgeregt und aufgeregt und aufgeregt. Die Auktionen sind aufgeregt und aufgeregt und aufgeregt und aufgeregt. ...